Fast wöchentlich rede ich eigentlich mit irgendeinem Amazon-Händler und er sagt dann genau diese Worte. Guck mal, wir haben echt ein viel besseres Produkt als die Mitbewerber. Wir bieten es sogar zu einem günstigeren Preis an, aber wir verkaufen trotzdem weniger. Und es gibt verschiedene Ursachen dafür, aber eine der häufigsten Ursachen, die ich sehe, sind tatsächlich die Amazon-Produktfotos. Und ich möchte dir heute mal erklären, einmal, was der Unterschied ist zwischen guten und wirklich exzellenten Produktfotos. Was der Unterschied ist zwischen schönen Fotos und schönen Fotos, die konvertieren und die auch Geld bringen. Und ich möchte auch einmal mit dir darüber reden, was dürfen Amazon-Produktfotos überhaupt kosten. Denn es gibt ja wirklich die verschiedensten Angebote und eigentlich gibt es eine recht simple Formel dafür, was Amazon-Produktfotos dich kosten dürfen. Wenn ich über Produktfotos rede, meine ich natürlich Produktfotos A+, eventuell auch Produktvideos. Also allgemein der Content für dein Amazon-FBA-Produkt. Und ich würde sagen, wir starten einmal rein. Und ich nehme nochmal Bezug auf dieses Zitat. Ich höre das echt wöchentlich und ich muss mittlerweile schon lachen, weil ich weiß ja, ich kenne den Schmerz. Ich kann es auch nachfühlen und ich weiß auch, wo das größte Problem liegt. Und das größte Problem liegt darin, dass die wenigsten Leute es wirklich schaffen, ihre Qualität zu kommunizieren. Denn im Endeffekt ist es ja so, ich zum Beispiel habe jetzt sehr viel Ahnung von Amazon. Ich weiß, wie man über Amazon verkauft. Aber wenn ich es nicht schaffe, dir zu zeigen, dass ich davon Ahnung habe, dann weißt du das nicht. Und genau so ist es auch mit dem Kunden. Wenn der Kunde jetzt auf Amazon ist und der guckt sich 400 Produkte an. Also egal, welchen Suchbegriff du eigentlich eingibst. Es gibt so viele Angebote. Und im Endeffekt kann der Kunde ja nur bewerten, was er sieht. Deswegen sagt man ja auch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und ja, im Endeffekt ein Video sagt mehr als tausend Bilder, sagt man auch noch. Aber es ist so, dass der Kunde natürlich nur das bewerten kann, was du ihm präsentierst. Und deswegen ist dieser Spruch so, wir haben eine bessere Qualität, aber die Kunden kaufen trotzdem. Ja, da machst du was falsch. Da machst du offensichtlich etwas falsch in deiner Kommunikation. Und häufig sind es sogar Leute, die schon schöne Fotos haben. Die vielleicht auch schon bei einer Agentur waren, die ihnen schöne Fotos präsentiert haben. Aber trotzdem hat sich an den Verkaufszahlen nicht viel geändert. Denn es gibt einen maßgeblichen Unterschied zwischen Fotos, die schön sind und Fotos, die verkaufen. Und da möchte ich jetzt heute mal reingehen. Also, wenn du jetzt mal guckst, was ist eigentlich der Grund, warum jemand ein Produkt kauft? Dann ist das ja nie wegen dem Produkt. Ich sage ja niemals, ey, ich will einen Stuhl kaufen, weil ich brauche einen Stuhl. Sondern meistens steckt da ja was hinter. Zum Beispiel hier haben wir jetzt unseren Schulungsraum, wo wir auch regelmäßig Seminare zu dem Thema abhalten. Das heißt, wenn du mal Interesse hast, kannst du auch gerne in die Infobox klicken. Da haben wir dann wahrscheinlich einen Termin für das nächste Event, was wir hier abhalten. Und ich brauche diesen Stuhl, denn ich habe Leute hier und die sollen gemütlich sitzen, während sie zuhören und was lernen und ihr Business optimieren können. Und ich möchte ein guter Gastgeber sein und deswegen brauche ich einen guten Stuhl. Und was die meisten Leute aber sehen ist, ich habe einen guten Stuhl. Und den ganzen Rest drumherum, den vergessen sie, den verstehen sie nicht. Verstehen aber nicht, dass das natürlich das ist, was dem Kunden wichtig ist. Denn tatsächlich ist es mir deutlich wichtiger am Ende, dass mein Kunde oder mein Gast, der hier sitzt, gemütlich sitzt und dass der einen schönen Tag hat, als dass dieser Kunststoff hier jetzt irgendeine bestimmte Eigenschaft hat und dass der aus einem bestimmten Material ist, was ja sowieso kein Schwein kennt, weil sich niemand mit Kunststoff auskennt, der jetzt gerade einen Stuhl kauft. Sondern im Endeffekt geht es ja nur um die eine Sache. Was bringt dein Produkt im Leben der anderen Menschen? Und tatsächlich wirkt diese Frage immer so leicht, so ja, du musst halt deine Vorteile kommunizieren. Aber die meisten Leute verstehen nicht, dass das ein ganz, ganz krasser Unterschied ist und dass das auch der Grund ist, warum Leute für Produkt A gerne mal 20, 30 Euro mehr ausgeben als für Produkt B, weil Anbieter A es geschafft hat, ihre Vorteile extrem gut zu kommunizieren und das halt auch auf emotionaler Ebene. Denn im Endeffekt kaufen wir ja immer emotional, begründen das Ganze dann für uns rational. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Stuhl sehe und jemand schafft es, mir wirklich zu vermitteln, dass meine Gäste hier gemütlicher sitzen, dass die ja einen besseren Workshop im Endeffekt haben, dass die zufriedener sind mit meinem Workshop, weil sie ja ein geiles Sitzerlebnis hier hatten, dann ist mir das emotional was wert. Und ich werde rational Gründe finden, warum ich dann diese 20, 30 Euro mehr pro Stuhl ausgeben sollte. Und das ist das, was die meisten Leute halt in ihren Fotos nicht vermitteln können, weil sie es nicht schaffen, wirklich diese genauen, spezifischen Situationen, vor denen die Leute Angst haben oder auch die, die die Person sich wünschen, für jedes einzelne Produkt zu finden. Und das macht natürlich auch Sinn, weil wenn du jetzt 20, 30, 40, vielleicht hunderte von Produkten hast, dann ist das Denkarbeit. Da muss sich jemand reindenken, muss eine spezifische Positionierung herausfinden für dein Produkt, in dem gezeigt wird, warum dein Produkt das Leben besser verändert oder noch besser macht als die anderen Produkte. Weil der Kunde gibt ja bereits Stuhl ein, er weiß bereits, dass er einen Stuhl braucht. Aber jetzt geht es darum, welcher Stuhl macht sein Leben im Endeffekt am besten. So, das heißt, Produktfotos wichtiger noch als die Qualität des Shootings, was natürlich auch extrem wichtig ist und auch die Qualität des Designs, des Auftretens, die Corporate Identity, die Markenbotschaft im Endeffekt dahinter, ist sogar noch die Positionierung des Produktes und warum dieses Produkt dein Leben so sehr verbessert. Wenn du jetzt sowas brauchst für deine Produkte, dann ist natürlich auch die Frage, was darf sowas kosten? Und ich weiß, es gibt unzählige Agenturen, die da riesige Preise abrufen und auch wir sind nicht günstig. Denn tatsächlich macht es Sinn, bei Produktfotos nicht zu sparen. Also Produktfotos sind eines der wichtigsten Investments, die du hast. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, nicht jedes Produkt sollte gleich teuer sein im Shooting. Warum? Nicht nur wegen den Aufwänden, die hinter dem Shooting sind, also ein Stuhl zum Beispiel ist schwieriger zu shooten, so eine Kunstpflanze, die da vorne steht und der ganze Raum hier wäre natürlich noch mal schwieriger zu shooten als der Stuhl, sondern es geht vor allem dabei, was ist deine Upside, also was hast du an Umsatz, an Gewinn in deinem Markt zu gewinnen, was ist deine Downside? Denn im Endeffekt ist es, so wie alles andere, auch ein ganz klares Investment und auch ein ganz klares Zahlenspiel. Immer, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten und wir gucken, hey, in diesem Markt ist vielleicht noch mehr zu holen, also bleiben wir mal bei den Stühlen. Du verkaufst jetzt Stühle und wir sehen, du machst gerade 10.000 Euro Umsatz, dein Mitbewerber macht 120.000 Euro Umsatz. So, dann ist die erste Frage natürlich erstmal, liegt es tatsächlich an den Fotos? Wenn wir aber sehen, dass die Fotos, Videos, A-Plus-Inhalte ein maßgeblicher Faktor sind dafür, dass dein Mitbewerber wahrscheinlich bessere Umsätze erzielt, dann ist die einzige Frage, ja, wenn du jetzt heute 2.000 Euro in neue, geile Produktfotos investierst und wir es damit schaffen, jeden Monat danach 20.000, 30.000 Euro mehr Umsatz zu erzielen, das heißt ein Stück von dem Kuchen deines Mitbewerbers, der viel mehr verkauft, abzugreifen, hat sich das dann nach 6 oder 12 Monaten gelohnt oder nicht? Und das ist die einzige Frage eigentlich, die relevant ist. Und es ist halt so, dass es bei vielen Produkten rauskommt, lohnt sich jetzt nicht, da 2.000 Euro für Fotos, nochmal 1.500 Euro für ein Video zu investieren, aber bei manchen Produkten wahrscheinlich schon. Und deswegen haben wir das so bei uns geregelt in der Agentur, dass wir verschiedene Angebote haben, wo wir natürlich die Crème de la Crème anbieten können, wo wir sagen, hey, niemand in deiner Niche wird auch nur annähernd so gute Produktfotos haben wie du und du wirst es merken in deinem Marketing. Und das lohnt sich natürlich und es kann sich lohnen, schon bei Produkten, wo du 10.000 bis 20.000 Euro Umsatz im Monat machst, weil halt die Upside nach oben noch so viel höher ist. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, dieses Produkt hat maximal ein Umsatzvolumen von, sagen wir mal, 50.000 bis 70.000 im Jahr. Ich will die nicht verlieren, aber es lohnt sich nicht, dafür ein paar Tausend Euro zu investieren, weil die habe ich frühestens in zwei Jahren raus, obwohl ja sogar das dann auf zwei Jahre gesehen ein gutes Investment wäre. Aber wenn du dann ein paar hundert Produktfotos hast, dann macht das so einfach keinen Sinn. Das heißt, dann macht es halt einfach Sinn, dass du maximal ein paar hundert Euro investierst in diese Produktfotos, denn du hast einfach keine hohe Upside. Du kannst das gar nicht aus diesem Marktvolumen rausholen. So, das ist eigentlich schon das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Also Produktfotos sind nicht gleich Produktfotos. So, schöne Produktfotos sind auch nicht gleich schöne Produktfotos, denn ein schönes Design zu machen, schaffen noch die meisten. Gut zu shooten, schaffen auch viele noch. Die Verkaufspsychologie dahinter zu verstehen, was wirklich der tiefere Grund ist, warum jemand dein Produkt jetzt gerade kauft und warum er eventuell auch gerne mal bereit ist, 10, 20 Euro mehr auszugeben, das schaffen die Allerwenigsten, und dann auch gut einschätzen zu können, anhand des Marktvolumens, was wir auf Amazon sehen und anhand einer Analyse, um zu gucken, wie viel von diesem Marktvolumen kann ich mit besseren Fotos tatsächlich realistisch abgreifen. Das schaffen wirklich die Allerwenigsten. Und wenn du dir dort eine Beratung wünschst, dann kannst du gerne unter diesem Video einmal klicken. Dort kommst du dann auf unsere Website, kannst dann einen Termin buchen, ganz unverbindlich und kostenfrei. Wir gucken uns dann an, wie bist du jetzt gerade aufgestellt und geben dir eine Einschätzung dazu, was wir denken, was für das jeweilige Produkt das Beste wäre, um mehr Umsatz zu generieren, um vielleicht höhere Preise abzurufen, um dein Branding zu verbessern und um im Endeffekt mit diesem Produkt mehr Geld zu verdienen. Wenn du weitere Fragen dazu hast, dann, wie gesagt, entweder ein Gespräch buchen oder einfach unter diesem Video gerne kommentieren, Fragen stellen, dann antworten wir darauf. Vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Kilian. Ciao, ciao.